Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne deinen Like, Kommentar und auch Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir nochmal sehen, was der Tag für dich bereithält. Und es geht los mit, oh, das intergalaktische Konzil. Dieses Konzil besteht aus zwölf großen Meistern, die Entscheidungen zum höchsten Wohl des Universums treffen. Marco, Hilarion, Jesus, Ashtar, Kutumi, El Moria, Paul, der Venezianer, Saint-Germain, Guanin, Lady Nada, Serapis Bey und Maitere. Sobald du diesen Namen sprichst oder denkst, erhöht sich bereits deine Schwingungsfrequenz. Verbinde dich mit ihnen und konzentriere dich auf das Wohl des Universums. Bitte den universellen Engel Buthalil, dich während des Meditierens oder des Schlafens zum intergalaktischen Konzil zu bringen, um dich dazu anzubieten, dem Wohl des Universums zu dienen. Dadurch wird sich dein Bewusstsein außerordentlich erweitern. Ich suche heute das intergalaktische Konzil auf. Es geht hier also auch darum, deine Lichtarbeiterfähigkeit heute mal wirklich in den Fokus zu stellen. Ja, nicht immer denken, dass alle anderen das schon können und warum soll es mich denn dann auch noch geben, sondern du bist auch ein wichtiger Faktor darin. Und diesen Faktor sollst du auch jetzt mal ausnehmen und anerkennen. Ja, dass du dich nicht immer kleinsprichst, dass du nicht denkst, du bist weniger wert, sondern dass du dein Bewusstsein auf eine neue Vogelperspektive bringst. Gerade was Heilung betrifft für die Weiblichkeit. Da bist du eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und kannst auch unterstützend helfen, mehr Licht in diese Welt zu bringen. Es hängt aber nur von deiner Entscheidung ab, ob du dich in den Mangel befindest oder dich in den Mangel ziehen lässt oder ob du sagst, hey, kommunikativ kann ich auf jeden Fall schon mal eine Stütze sein und dann darfst du dich ja auch immer mehr entwickeln. Denn Entwicklung entsteht immer mehr im Bewusstsein. Sodalit, knüpfen Sie Kontakte, machen Sie mit. Wundervoll, passt doch sehr gut. Und knüpfen Sie solide neue Freundschaften und Kontakte, die Sie unterstützen, indem Sie sich mit Gleichgesinnten treffen. Und das ist eben jetzt das Feld, was dir vielleicht sehr bekannt vorkommt. Du fühlst dich überall, ja schon integriert, aber nirgendwo zu Hause. Irgendwie fehlt dir immer die gewisse Gemeinsamkeit und auch so ein bisschen der Faktor des Offensprechens, gerade wenn es auch um Spirituelle geht oder um deine Erfahrungen im Leben, was du daraus gezogen hast, für Lehren. Du hältst dich immer ein bisschen bedeckt, aus Angst schief angeschaut zu werden. Du sollst dich jetzt aber mit den Menschen umgeben, die dich nicht schief ansehen. Ja, also versuche dich zu öffnen und somit Menschen in dein Leben zu ziehen, die, mit denen du offen sprechen kannst, wo du du selbst sein kannst. Also authentisch du selbst sein kannst. Und da wirst du sehen, durch deine Lichtform, wenn du aus dir herauskommst heute, werden dir auch diese Menschen nach und nach Schritt für Schritt eben in dein Leben gebracht und dir aufgezeigt, dass es ein Kollektiv geben kann, in dem du dich wohlfühlst, in dem du dich auch wertgeschätzt fühlst und vor allem, in dem du nicht immer so Hintergedanken hast, ob du das jetzt sagen kannst oder nicht. Denn somit baust du eine Phase des Drucks in dir auf, dass du kommunikativ manchmal Fehler machen könntest, aber solange du niemanden beleidigst oder irgendjemanden von irgendwas krankhaft überzeugen möchtest, kannst du gar nichts falsch machen. Du kannst eigentlich nur wachsen, aber dieses Wachstum ist derzeit ein bisschen beschränkt, weil du dich selbst klein hältst. Lass dich nicht klein halten und halte dich selbst nicht klein, denn die Maus möchte auch mal ein bisschen weiterziehen. Nicht immer nur an dieser Stelle nagen, sondern neue Türen öffnen. So, Marco haben wir mit dabei, der war schon beim Interlaktischen Konzil. Meister Marco ist Repräsentant der Konföration unseres Sonnensystems, deren Hauptstadt sich auf dem Saturn befindet. Er arbeitet mit Kommandant Ashtar von der intergalaktischen Flotte zusammen, um uns Weisheit und Wissen der Kulturen anderer Sterne zu bringen. Er unterstützt Filarion bei dessen Arbeit auf dem fünften Strahl der Technologie und Wissenschaft, um es uns Menschen zu ermöglichen, ihre geistigen Fähigkeiten zu erweitern und spirituelle Technologien für die Zukunft zu entwickeln. Öffne deinen Geist, um mit anderen Sternensystemen und Universen zu kommunizieren und Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Bitte Marco, dir dabei zu helfen und dich zu beschützen. Ich öffne mich der Weisheit der Sterne. Und da siehst du, wie wichtig das für dich heute auch ist, dass du hier den Einklang bekommst, dass all deine Weisheit auch ausgelebt werden darf, dass du diese universellen Regeln, möchte ich es jetzt mal salopp nennen, dass du sie befolgst, dass du dich ihnen widmest und dass du diesen Gesetzen einfach auch dienen möchtest. Weil du merkst, es geht zum Wohl von allen Menschen. Das Universelle ist das, was das ganze Kollektiv betrifft und nicht nur ein Land, wie wir hier auf der Erde immer denken, sondern es beschützt jedes Lebewesen auf dieser Welt oder gibt Schutz und Reichtum fülle, wenn es denn auch gerade vorgesehen ist. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass du dich nicht nur hinter solchen Anführern verstecken sollst, sondern auch mal nach vorne treten kannst, weil dieses Wissen, das hast ja du. Ja, du kannst dir nur dabei helfen lassen, dich zu entfalten. Unakit, perfekt, erhörte Gebete. Dank all der großartigen Arbeit, die sie geleistet haben, steht ihnen die Tür für göttliche Hilfe offen. Gerade eben sage ich es noch, wichtig ist nur, dass du diese Hilfe auch in Anspruch nimmst, denn deine Gebete wurden erhört, bedeutet auch, dass heute eine wichtige Nachricht ins Haus kommt, wo du schon die ganze Zeit im Gedanken hattest, aber keine Realität der Welt hätte dir das wirklich so belegen können, dass du wirklich glaubst, dass diese Nachricht kommt. Und diese Nachricht wird eine Nachricht sein, die entweder was mit deinem Körper zu tun hat, also dein Körper signalisiert dir etwas, oder es ist eine Nachricht der Liebe, dass Kommunikation hier wieder die Reinheit findet, weil sich ein Streit schlichtet. Und Liebe kann jetzt aber auch Freundschaft bedeuten, Familie oder eben der Partner. Achte darauf, dass du aber nicht über diese Situation wächst, sondern dass du diese Situation annimmst und somit auch die manipulativen Kreise des Außens verlässt. Oh, der goldene Christusstrahl. Du bist gesegnet, wenn du diese Karte der bedingungslosen Liebe gewählt hast. Das geht heute wieder so Hand in Hand. Das ist so unglaublich schön. Der goldene Christusstrahl wird im kosmischen Herzen in der neunten Dimension bewahrt. Die Engel bitten dich, die Liebe, Weisheit, Heilkraft und den Schutz dieser wunderbaren Energie auf dich zu lenken. Bitte darum, dass diese Energie durch dich hindurch fließt und sie dich in ihr goldenes Licht hüllen möge. Wenn du diese hochfrequente Energie in deine Aura integriert hast, könntest du dich in der Gewissheit entspannen, dass du vollkommen sicher bist. Bitte sende den goldenen Christusstrahl auch anderen Wesen. Ich bin der goldene Christusstrahl und deswegen kommt auch heute wieder die Harmonie zurück in dein Leben, ins Liebesleben, ins familiäre Leben und diesen Strahl gilt es mit Nächstenliebe auch weiterzugeben. Und das ist heute deine Aufgabe. Ja, und dann haben wir noch den Apathit. Fortschritt, nicht Perfektion. Auch das passt wundervoll in deinen Tag hinein. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen oder urteilen Sie über sich. Konzentrieren Sie sich viel mehr darauf, was Sie schon erreicht und gelernt haben. Und da geht es wieder hier um deine Weisheit. Da geht es darum, dich so zu verknüpfen, dass du das, was du gelernt hast, anderen Menschen beigeben kannst. Also auch die Lichtarbeit ist schon da, wird wieder signalisiert. Und das ist deine Botschaft des Tages, weil du endlich aus dir rauskommen darfst. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Hab einen schönen Sonntag. Bis dann.